Ja, 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 ja Wer schreibt die freshsten Sachen? Ich lass Einzelheiten wie Kletten haften Pfeil am Text und steck euch mit Leichtigkeit in die Westentasche Jetzt heißt es Essen fassen Wer weiß, ob euch die Letzten passen Fest steht, dass die Letzten auch weiterhin noch am besten lachen Ich war versteckt und die Steppe schmeckte nach Dreck und Asche Der Drang etwas zu schaffen, kann wachsen oder zerbrechen lassen Deshalb heiz ich ein, bis gefestigte Eisdecken platzen Reiß mich wie ein Stepp um ein Fressen, weil sich die Fesseln straffen Hab euch gesagt, dass die Schale nicht zu durchbrechen ist Die Zeit ist viel zu knapp, um zu warten, bis man vergessen ist Doch heutzutage vermarktet sich klares Texten, nicht ein Treppenwitz Das Business ist für'n Arsch, so wie ein Toilettensitz Egal, ich lass es fließen wie nach 37 Weizenbierchen Fakt ist, fuck mich ab und ein Tacker verpasst den Eichelpierchen Keine Spielchen, weil ich Reime mit Spikes verziert bring Auch wenn die meisten die Feiten bereits in dem Schweiß krepiert sind Wenn bei den Wölfen der Sabber schon zu Tropfen beginnt Ist es zu spät, um eure Schelf hier noch ins Trockne zu bringen Und wenn ihr möchtet, gern Knast, die Pusse, die Rosten zu kriegen Zeigen ab, wir müssen Revalo, was du fasst, wie sie sind Die haben 40 Paar Schuhe, doch kein Blassen, was läuft Fühl mich bestätigt durch Asch, Schuhe, alle hassen das Zeug Was ist mit euch? Ey, schaffiert euch, come on Der Weg ist das Ziel, O to the P, L.A.B. und Cologne Ich bin nur down mit Revalo, die anderen Schweinen sonst nur Crap Wollen sein wie Bushido, kochen mit Alpha und Shoeback Kapp das Original, griff den dicken Hals von Bootleg Haken und Dösen, die Platte, Drop, I come do that Pack all die Wut weg, die beste Menschengestalt, sonst Blutleck Fuck all eure Kuhn, es hofft, die fallen vom Stuhl jetzt Schon viele sind aufgestiegen, doch ihr Fall kommt zuletzt Nenn mich intolerant, weil ich nichts heil von Schwulen Raps Zeig mir die deutsche Rap-Elite, alles Karikaturen, echt Zu Recht, brauchen einmal zu euren Mixtapes, ueck Zu wack, weil ihr Mist mit Abdomen ist einfach nur schlecht Waschen und Rasieren hilft nicht, ist ein Paar für cooles Päsch Wenn bei den Wölfen der Saba schon zu Tropfen beginnt Ist es zu spät um eure Chef hier noch ins Trockne zu bringen Wenn die Möchtegern Knastis versuchen Gossen zu klingen Zeigen ab, wir müssen viel Revalowatch, was für Fortsne sie sind Wenn bei den Wölfen der Saba schon zu Tropfen beginnt Ist es zu spät um eure Chef hier noch ins Trockne zu bringen Und wenn die Möchtegern Knastis versuchen Gossen zu klingen Zeigen ab, wir müssen viel Revalowatch, was für Fortsne sie sind Bis zum Mal, bis zum Mal.